So Ja, das ist jetzt weit Aber auch war auch ein schöner Ausblick, muss ich sagen Also, Sonnenaufgang, wie hieß es? Mit dem Ansicht sieht man nicht so viel Es ist ja Sonnenaufgang, oder? Ja, jetzt kann ich meine Handy nicht rausholen Weil er bei der Arbeit ja nicht Also telefonieren schon, aber nicht auf Handy schaut Aber gut Also ich schätze mal, es ist irgendwann mit 7 Uhr oder 8 Uhr früh Tag könnte, glaube ich, Sonntag sein Weil ich glaube, wie ich letztes Mal auch geschaut habe Also, irgendwann mit 5 Uhr Sonntag Dann wird es, glaube ich, jetzt so 8 Uhr sein Ja So, dann haben wir hier noch was Da können wir jetzt 3 Bomben schießen Aber ich denke mal, ich schaffe es auch mit einer Bin mal gespannt So, wo haben wir es? So, wo haben wir es? Wo haben wir es? Da haben wir es irgendwo Okay, warten, warten, warten Wo haben wir es? Wo haben wir es? Oh! Geschafft! Ein Traum! Ich dachte, es war verkackt, weil ich hier voll fast ein Baum reingekritten werde Ja 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 Ich mag dich, Trevor Du bist nur verrückt Ich Entschuldige Das sollte deine damalige Landwirte aus unserem Weg nicht Du denkst? Für jetzt Es gibt immer noch mehr, woher sie kommen Ja Ja Ich habe ähnliche Probleme mit ein paar Bikern gehabt Sie bekommen alle die Message Lange es irgendwie nicht brennt oder so Alles gut Perfekt 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 Alles klar, zwei Bomben haben wir auch noch Gib mir vielleicht einen Bonus irgendwie So, keine Ahnung Warte Reinparken Und booyah Ja, nice Zeitbonus auch Und exakter Abwurf und keiner was Geiles Ding Das war eine schöne Vision So Wir kriegen so viel Kohle wieder mal Geiles Ding Okay, Oskar, Zeit für Daddy, um zu arbeiten Wir haben noch ein paar Pick-up neben dem alten Farmhaus in der Sanchiatski Das wäre wo? Ah Katzensprung Mountains Schau ein Blick auf die Aztecas Sie haben eine meiner Bilder in Veracruz Oder vielleicht sollten sie sich ein Blick auf mich Mh Mh Wich auch sagen Sie sollten von mir eher Angst haben Nicht ich von den Typen Äh Das haben wir gleich Ich kiehl sie einfach mal und dann Was ist schon Das hat auch keiner gesagt Das ist jetzt irgendwo der Hauptstraße Ich fernhalten soll Also Fall einfach mal Stink nochmal Geil weg Dein Ernst Oh 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 mein Gott Dort Gerade wo ich sage Weißt du Gerade wo ich sage Ich bleibe auf dem Weg Ähm Nein Schuss kinder Na gut Wo ist die Scheiße? Ah hier Wow Alter Wow 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 Alles gut Das ist einer Ich hab mich irgendwie an Ah Fuckfair 4 Ich weiß doch nicht wo Komm schon Mein Ernst ja was soll ich ihn machen kann ich nicht hoch junge okay wo ist die scheiße ich jetzt fuß ich habe kieze einfach über die idee eigentlich klug gewesen wäre mich einfach zusammengefahren aber egal die anderen zu fuß ja dann habe ich abschüsst ich habe sie sagen ach halt die fresser ich bin weg wenn ihr mit dem auto hinterher kommt ist mir auch egal dann war ja so kein thema juhu berg fahren und berg springen eher ach du scheiße schwer wenn mein kopf am arsch ist dann bin ich bin ich im arsch okay das war's und mir gerade ich darf wieder nicht auf der straße fahren wird es mal wieder fertig fucking ein wow what the fuck hat what the fuck trevor das vorhin hat sie bekommen und juckt ihn nicht er bruder einfach mal volle kann beim kopf aber es juckt ihn nicht ist klar tut kein stück weh logisch das ist trevor geschafft traum natürlich jetzt mal der granate sammelt granate was das ist ach so dass die dinge was ich dann immer zum schluss an der hand halte sind dafür die dinge was ich gesammelt habe die waffe wird anscheinend wo ich dachte sind für die gründen also für ja ok für mich ach so passt das heißt jetzt geht es auf zu ammolation wieder mal panzer ihr wisst ja ich verliere immer so viel panzer und das nervt und dann zu jürgen die nach der rechten nach der panzer und kacke speichern was das klinik kommt herr trifft mich unter der hütte und wir gehen die sich mag das exakt ist eine mission aber gut so als so damit ich hier die mission auch komplett hat machen wir einfach die mission die dinge was nachher noch kommen den skop die meinten langweilig langweilig ist kann man die machen muss aber nicht Achtung ich habe den Bock irgendwie in Los Santos zu sein also mit Frank und Michael zu spielen so langsam und ich hoffe auch dass das Geld oben ist von dem Bankenbottal äh jubiläraub dann kann ich mich schön tätowieren und schön einkaufen und so weiter und weil Kleidung bei Travers eigentlich noch nicht so wirklich nein 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 dann 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 ich dann 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 ich bin ich bin der Typ kann echt gut reden Trevor also Respekt so ab nach hause also ne quatsch so einmal speichern und jetzt ab nach hause dann wir haben heute schon viel verdammt wirklich sehr viel erreicht und ich habe keinen Bock dass das die ganze kacke jetzt einfach so aus nichts aufgelöst wird so warte mal unser Auto unser Standardautopark hier das heißt wir parken hier oder gleich hier drin oh Gott ist geil und da ist einfach meine Couch und eine Waschmaschine in in ja das ist halt typisch hinterwettler obwohl er so ein Businessmann ist und so der Typ spart einfach ohne Ende das merkt man einfach so der längste Wille kaufen kann oder so ah ja warte was ist das mit micro geh zurück hier du bist noch nicht aufgelöst hast du es geschafft? ich habe es versucht Trevor ich habe es versucht komm hier runter okay ich werde dich nicht aufgelassen ich habe es versucht ich habe es versucht ich weiß ich weiß ich dachte du sagst du sagst du sagst michael Townley ich dachte du sagst du sagst michael Townley ich dachte du sagst du sagst michael Townley es gibt zwei michael Townley die leben in L.S. einer ist 83 und der andere ist in Kindergarten ich habe eine Lehrerin ihn auf der Telefon zu stellen um zu sein aber sie schreckt sie zu schreiten ich bin kein Molester Trevor schau mal bevor ich mich zu schreiten jetzt ist da nichts anderes ich schaue die Telefonie ich habe michael geschenkt michael geschenkt ich habe die gleiche Jahre mit zwei Kindern was ist das Name der Frau? Amanda? 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 ja du bist ein Genie, du morst komm hier wuuh ah du kannst mich nicht erzählen was ich wissen sorry Trevor ron du blatt komm hier wir gehen in Los Santos sind wir? nicht du ich und wade was ich? du bist der CEO von Trevor Phillips Unterpris find uns ein bisschen business damit wir ein bisschen Geld und schreiten meine Scheine los los ich bin ich stehe ich stehe du kannst mich ausreiten wenn ich mich gefroren ich schreit du kannst mich ausreiten 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 Trevor ich 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 glaube ich 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 das Wetter passt einfach original zu dem was ich letztes mal gesagt habe Trevor wird perfekt in dem Horrorfilm passen Das ist einfach so original, Alter. So, darum. Das geht einfach mit irgendeinem Hauch. Ah, die trauen jetzt wegen dem ganzen Lost-Typ, was wir gekillt haben. Ja, klappe, wait. Das sind meine Gäste für diese Brücke. Und, ciao. Okay, so. Wir müssen jetzt einfach nur die Haftpumpen auf den markierten Stellen hinballern und das war's auch schon. Und ich mein, das sieht's ja Horror mit... Das ist ja echt perfekt für einen Horrorfilm. Ich mein, das Gewitter, das ist dunkel, das ist nass und was weiß ich. Und hier schleicht einfach mal ein Verrückter rum. Also, besser als wie ein Horrorfilm kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, badum-bap-bam, badum-bap-bam. Ähm, badum-bap-bam, badum-bap-bam. So, einmal haben wir schon mal. Die wäre eigentlich schlecht, wenn wir schleichen könnten, und ja, ich glaube, das sieht auch gut aus. Moment. Aufpassen, 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 aufpassen. Okay, und der? Alter Schwede. Das ist perfekte Wetter, einfach auch, Alter, es ist ab oder nur gut. Okay. Ja, der traut hierweg sein Los-Kollegen. Die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe, die.